Herzlich Willkommen bei Tag Nummer 8 und bei Fittoriel. Wir sprechen heute mal über das Thema Stretching und Beweglichkeit. Vor allem wollen wir mal darauf eingehen warum das so wichtig ist und ja auch Alltagstipps geben, wo es sich lohnt sehr beweglich zu sein. Also warum ist Stretching überhaupt so wichtig? Also es erhält auf jeden Fall die Beweglichkeit, auch die Flexibilität einfach im Muskel an sich. Wir reden jetzt noch nicht von Spagat oder Bein hinter dem Kopf oder sonst irgendwas, sondern einfach dass der Muskel schön geschmeidig bleibt und das wiederum erhöht dann auch die Qualität deines Trainings und von allen Trainings, die halt noch folgen. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, ich glaube das ist schon über zehn Jahre her bei der Physiotherapie und da sind wir ein paar Übungen durchgegangen und dann sagte der Physiotherapeut zu mir, du bist aber an der Stelle und so in den Beinen schon relativ flexibel, das hätte er schon wesentlich steifer erlebt und daraufhin war direkt seine Frage, du springst relativ hoch oder? Und ich so, für meine Größe, für meine Genetik komme ich schon relativ hoch her. Das ist meistens eine gute Kombination eben aus Schnellkraft, aber auch eben Flexibilität und das haben viele gar nicht so sehr im Blick, dass dir das tatsächlich auch bei sportlichen Leistungen hilft. Ich hatte heute Morgen dir noch ein Foto geschickt, ich habe heute Morgen wieder ein Basketballspiel geguckt und dann sah man einen Spieler, der am Boden lag, der ist irgendwie gerade gestürzt oder war jetzt nichts Schlimmes und dann machte er sich nochmal so frisch und machte dann so und eine Vorbeuge und er legte sich fast, kann man sagen, mit seiner Brust auf, also wirklich dagegen bin ich hier fürchterlich. Und ich habe mich angeguckt und erst mal gegoogelt direkt, der ist so alt wie ich, da war ich direkt motiviert und das jetzt auch wieder ein bisschen zu verbessern, hat mir einfach nochmal gezeigt, dass auch die Jungs natürlich eben nicht einfach nur irgendwelche Kraftprotze sind, sondern dass zu einem ganzheitlichen Sportler eben auch dazu gehört, dass man beweglich ist. Absolut, weil viele denken immer nur so Beweglichkeit, dafür brauche ich das, Yoga, Ballett, irgendwie wird immer so ein bisschen abgetan, aber es hilft einfach grundsätzlich und eben auch im Alltag, nicht nur bei sportlichen Aktivitäten. Das sind so Sachen wie Schuhe zu binden, Dinge aufheben, irgendwo drankommen. Ja, oder wir hatten auch, uns überlegt tatsächlich auch beim Duschen, wenn man dann da irgendwie, du eher als ich, irgendwie vielleicht noch die Beinchen rasieren muss. Genau, dann der Hüftbeuger, der muss da sehr flexibel für sein. Das sind alles so Sachen, wo mir dann auch mal bewusst wird, das will ich mir so lange wie möglich auch beibehalten, gerade wenn man dann älter wird, kennt man das ja, dass... Wenn man sich kratzen muss, und dann kommt man hier plötzlich nicht hinten zwischen die Schulterblätter, oder so? Das ist doch fürchterlich, das wollen wir nicht. Und deswegen ist Stretching eben auch ganz, ganz wichtig, einmal sportlich, aber auch für den Alltag. Jetzt ist es aber so, wie sieht ein gutes Stretchprogramm aus? Es ist eben nicht so, dass wir einfach so aufstehen, am besten schön morgens kalt und anfangen erstmal da rumzureißen. Reißen sowieso schon mal gar nicht. Fürchterlich, damit verletzt man sich im Grunde eigentlich nur. Und deswegen geht eigentlich jedem Stretching voraus, dass man sich gut aufwärmt. Genau. Deswegen machen wir heute kein Stretching. Heute sprechen wir nur über das Thema, denn wir machen ja heute eine Pause. Wir hatten ja gestern unser härteres Workout. Ihr könnt euch aber schon mal darauf einstellen, dass wir beim nächsten Workout nochmal eine kleine Einheit hinten dran packen. Damit ihr... Entschuldigung. Ja, dann wirst du den Menschen auch ein gutes Paket mitgeben, was so die Grundübungen sind. Genau. Ihr bekommt einfach schon mal so eine Idee. Das sind dann auch nicht die einzigen Arten, wie man sich stretchen kann, aber einfach, dass ihr so eine Idee habt, was kann ich für die Oberschenkel vorderseite tun, was kann ich für die Oberschenkelrückseite tun, wie kann ich meine Brust dehnen, all solche Sachen. Und dass ihr erstmal wirklich nur eine Idee bekommt. Und ich denke, damit mit dieser Warnung vor dem neuen Stretchworkout können wir es für heute eigentlich belassen. Ihr müsst heute nichts trainieren. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Ihr müsst nicht. Und mental könnt ihr euch schon mal auf morgen vorbereiten. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.